Die im Jahr 1910 gegründete Wallec Spezialtransporte GmbH wird bereits in der vierten Generation als mittelständischer Familienbetrieb geführt. Als Gründungsmitglied der Europäischen Schwertransportkooperation Big Move ist das Unternehmen gleichermaßen regional, national und international aufgestellt. In der eingetragenen Meisterwerkstatt werden Grundreinigungen, Wartungen, Reparaturen oder notwendige Umbaumaßnahmen vorgenommen. Neue Lieferanten werden bei Wallec sehr sorgfältig und nach objektiven Kriterien ausgewählt. Das gilt auch für die Hersteller von Ladekranen. Bei genauerem Hinsehen hat sich HMF als geeigneter Partner dargestellt. Die Einbaumaße, das geringe Eigengewicht, verbunden mit der Sicherheitstechnik, mit einer Wartungsfreundlichkeit, zum Beispiel das Auswechseln der Gleitklötze und auch die Einbauten, haben uns dazu bewegt, uns für HMF zu entscheiden. HMF und das patentierte, neigungsabhängige Stand-Sicherheitssystem EVS kennt Wallec seit 2008. EVS steht für Electronic Vehicle Stability. Das System überwacht unabhängig von der Stützweite die Fahrzeugneigung und passt das Lastmoment des Krans aktiv an die Grenze der tatsächlichen Fahrzeugstandsicherheit an. In Verbindung mit der extrem feinfühligen Steuerung lassen sich HMF-Krane jederzeit problemlos bedienen. So wie hier. Auf der Baustelle eines neu gebauten Münchner Autohauses muss eine rund 35 Quadratmeter große und rund 1000 Kilogramm schwere Scheibe ersetzt werden. Die empfindliche Fracht muss mit äußerster Vorsicht bewegt und mithilfe der Scanreco Fernsteuerung millimetergenau an die richtige Position manövriert werden. Die heikle Aktion kann der Kranführer souverän innerhalb von 45 Minuten abschließen. Kein Wunder, bei Wallec ist man von HMF rundum überzeugt. Durch diese andauernde Problematik der Teilabstützung, verbunden mit immer höheren Anforderungen an die Sicherheit, haben wir uns entschieden, in absehbarer Zeit die komplette Kranfrotte auf HMF umzustellen. Bisher sind zwei Kräne im Einsatz, zwei sind bestellt und die letzten zwei werden voraussichtlich nächsten Jahres erneuert werden. Überzeugen konnte hier aber auch die kundenfreundliche Ersatzteilpolitik von HMF. Typische Verschleißteile lassen sich bei Bedarf auch von anderen Lieferanten wie Danfoss oder Scanreco beziehen. Vor der Kaufentscheidung prüfte Wallec nicht nur den Einkaufspreis, sondern vor allem die Beschaffungskosten bestimmter Ersatzteile. Fazit? Ich war bei kaum einer Entscheidung so sicher wie bei HMF Kran.